Irgendwie ne? Mhm. Moloos 25, der Würstchenwolf, the best Ruslan Eve, aha, mhm, easy cop. Der Lappen. Ja, der Lappen. So wächst. Am Strand von Los Santos gibt es so viel mehr als nur goldener Strand, äh Sand. Oh, ich bin rank 186. Verseuchtes Wasser und Stereoidmissbrauch, was? NGG3A. Was? Ähm. Diesmal nehme ich ja was anderes, was nehme ich denn? Huch, was ist das denn? Okay, da war mein Auto gerade nicht zusammengebaut, ich habe keine Ahnung warum. Ich nehme mal den hier, mal gucken. Am besten so in schon... so einer auffälligen Farbe, damit ich auch direkt auffalle, am besten in Weiß. Und mein Anzug hier. Oh ja, hier, komm. Oh geil, die haben sogar einen grünen Anzug, den nehme ich. Ja, ich habe jetzt mal auch mal gewechselt. Schlimmelgrün. Wo ist denn Grünsoma, da ist Grünsoma. Oh, ich glaube, ich bin super geil. Oh, super geil. Ja, ich glaube, du gehst mal auf die Toilette, ist so ein hautender Anzug. Oh, ich fühle mich wohler als ich sollte. Hallo, Flubi, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Boah, wie schnell war denn jetzt? 3-2. Hast du das gerade gesehen? 3-2. Mal schlafen die ja alle ein beim Losfahren oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. 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 Geh aus dem Weg. Wer ist das? Geh weg. Geh weg. Lass mich. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe schon jeder aus dem Leben geschissen. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wo geht es denn jetzt? Oh Gott, hier ist eine Kreuzung. Oh nein. Einfach aus dem Kader. Ja, eine 8-Ball-Kreuzung. Oh Gott. Wenn man da jemanden trifft, das ist böse. Wenn das Feld sich verteilt. Boah, da muss man so eine 8 bauen. Das ist mies. Wenn du so eine Strecke baust, wo nur eine 8 ist. Wenn dich permanent kreuz, wo man so was für Karamulagen es da gibt dann. Oh nein, 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 nein. Oh du. Oh. Ja, der kommt natürlich nur noch gerade. Oh Gott. Das lese ich jetzt nicht vor, wie du heißt im Stream. Nein, doch. BVB, das bist du 09. Oh Gott. Das bin ich, du Pfeife. Achso. Dann lese ich jetzt erst richtig vor, wenn du das bist. Ne, auf keinen Fall. Du warst all die Klasse. Alter, was ist denn das für ein Arschloch? Was? Was? Was ist der? Ist es jetzt nur ein Loch oder ein Arsch? Oder beides? Der hat mich gerade rausgehauen. Ich, nein. Wer war das? Wer schubst mich denn da? Ne, das ist Russland. Ja. Ich komme voll von hinten an, von links und kicke mich einfach nach rechts raus. Ja, ja. Da musst du mit denen auch machen. Ja. Oder einfach mal bremsen und dann, uah, ciao. Ja. Also mir gefallen solche Rennen. Ja. Und irgendwann, wenn ich die Strecke sehe, fühle ich mich wie so ein Hamster. Ja. Wie so ein Hamsterrad. Konsum ein Hamsterrad. Ja, wie so ein Hamsterdinger da. Sag mal, wann ist denn hier mal eine Runde zu Ende? Ja, ich weiß es auch nicht. Hui. Alter, wie schnell ist denn der hinter mir ran? Ja, und dann wird er dringend, oder? Ja, so ein Horstwurst, alter. Horstwurst. Also ich bin sechster. Wo seid ihr? Ich bin erster. Was? Und da beschwerst du dich noch? Ich glaube es ja wohl. Das ist ja wohl die Höhe. Ich habe mich hier mit ihnen... Ja, ey, was? Oh, so ein... Oh, nein, ich glaube... Ich glaube, ich spring neben der Strecke. Nee, noch nicht. Ich dachte, ich spring neben der Strecke. Oh, der will mich raushauen. Nein, was? Das ist doch so ein Horst Simon. Voll so ein Alpha-Kevin. Ohne Scheiß. Das gibt es doch gar nicht. Unfassbar. Steht ihr noch die Strecke rum? Oh, ich bin zwier drunter. Ja, tschüss. So. Siebter? Ach, das war ein Überwunderter. So ein Kevin, Alter. Ja, echt immer diese Kevins. Klankas war das Erster. Ich bin Sechster. Oh mein Gott. Ach, ist es nur eine Runde, oder was? Echt drunter. Nee, zwei. Okay. Ich bin jetzt erstmal ins Ziel. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Du fährst gegen die Wand. Wirst du sehen. Du fährst gegen die Wand. Ja, wirst du sehen. Määäää. Immer diese Rupe. Ey, immer diese scheiß Drängler hier. Ja, ja. Dass die nicht normal fahren können. Ja, was heißt denn hier normal fahren? Es ist hier schwer zu beschreiben. Ja, ach. Schnell weg hier. Ja, ganz schnell. Also ich bin jetzt 5er. Ich hab mich mal um einen Platz... Nein, 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 nein. Okay, das mit 5 hat sich soeben erledigt. Nein! Wieso? Weil ich neben der Strecke gesprungen bin. Verdammt. Echt? Oh, jetzt muss ich hinterher. Da ist dieser... Das Biste. 0,9. Oh, Konsum ist hinter mir. Was? Ich dachte, du bist erster. Na, durch die Rumdränglerei. Ach so. Die ersten zwei drängeln. Das Auto ist gar nicht mehr so schlecht, aber es ist trotzdem irgendwie... Oh, wer schubst denn da schon wieder von hinten? Alter, schon wieder dieser... Der Russland-Eve. Der mich vorhin schon rausgehauen hat, der Drecksack. Der ist so ein... Ey, das... Ja, mach das doch noch mehr mit mir. Wie kann man nach hinten gucken? Äh, den rechts dick gedrückt halten. Ja, R3. Rechts dick gedrückt halten. Ja, kloppt euch da mal. Was sagt er so, gib mal Gas, dann schicke ich dich ja gleich aus dem Leben. Hahaha. Wieso mich einfach schuppen wollen wieder? Oh Gott. Nein! Oh, das mache ich nicht. Alter, was war das denn? Ich hab... Aaaaah! Äh... Schnell weg hier, schnell weg hier. Oh, da vorne fährt Consumer. Ja, den muss ich erstmal raushauen. Wo ist er denn? Ja, Consumer. Hallo! Guck mal hinter dir! Nö. Guck doch mal. Ich hab was für dich. Ich hab dir Kuchen mitgebracht. Für morgen. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich ja. Welcher Geschmack? Nee, Kuchengeschmack. Geschmack. Nein! Okay, die beiden hinter mir hab ich gut hinter mir gelassen. Hallo! Oh, scheiße. Oh. Ich wollte dich nicht raushauen, deswegen. So. Hüah. Vierter! Vierter! Verdammt! Mist, ey! Mist! Ich wär Fünfter geworden, ey. Verdammt, ey. So ne Kacke aber auch. Oh, der Stream kommt nicht hinterher mit den Farben zwischendurch. Sag mal, wie viele Worte sind der eine eigentlich? Das ist wegen... Das ist wegen der Röhren. Ja. Wieso wartet der eine hier eigentlich überhaupt? Da spielt nämlich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, na... Das steht schon die ganze Zeit rum. Achso. Bist du jetzt Erster geworden? Nee. Achso. Okay. Nee, der war hinter mir. Der war vor mir und dann ist er irgendwie stehen geblieben auf einmal. Und ich weiß nicht wieso. Okay. Und klang auf, aber wieso bist du stehen geblieben auf einmal? Und ich wollte ihn und ich wollte ihn nicht raushauen. Und weil ich den Kuchen vergessen hab. Ach, das hast du schon vergessen. Achso. Und deswegen bin ich halt vor dir gewesen. Und ich wollte Konsuma nicht raushauen, ey. Und dann mach ich doch die Kacke, ey. Und dann stürz ich da in der Röhre ab. Ja, das gleiche ist mir vor uns auch passiert. Ich wollte dich nämlich nie vorlassen. Und dann bist du aber auch vor mir gewesen. Ja, freu dich. Pack den Eis. Oh, mach ich. Nee, du doch nicht. Der da gerade den Daumen gezeigt hat. Achso. Oh, fällt doch knapp. Erstmal Daumen runter. Erstmal genau, Jerome. Erstmal Daumen runter natürlich. Genau. Hab ich nicht gewonnen, ist Daumen runter. So, was haben wir denn? Ja, hier, ich will da mal machen. Ich will da mal machen in der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. Ich will mal da so ein Stockcar fahren, da. Dieses gelbe Ding in der, was da drauf ist. Das Auto finde ich nicht. Jetzt überleg mal, diese Rennen fährst du mit irgendwie so Rasenmäher oder so. Das ist bestimmt auch lustig. Nee. Oder mit LKWs oder Bussen. Ne. Ich lese deine Nachrichten nicht vor. Susi TV, willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Ich liebe Nasty Boys. Hey, ist bescheuert, bist du? Oh, Backstreet Boys. Ah. Ah. I'm on it that way. Radio Mirror Park. La 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 la. Na, der gelbe ist, sieht schön aus, ne? Das gelbe Auto. Ja, deswegen. Ich würde das gerne mal fahren. Das ist so ein Stockcar-Auto. Aber ich habe das bisher noch nicht gefunden. Wenn man das irgendwie erst freischalten muss. So, warte mal. Ah, fläschte hier jetzt bei. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, den hier. Alter. Geil. Boah, hier ist er. Wie geil. Der Omnis. Der ist ja cool. Sieht aus wie so ein Audi. Oh, ich glaube, ich weiß, wen ich nehme. Ich glaube, ich weiß auch, wen ich nehme. Ich glaube, Konsum aber nicht nehme denselben. Nein, glaube ich nicht. Okay. Außer du hast das Auto in meiner Garage stehen. Achso. Den nehme ich. Jawohl. Boah, der sieht aus wie der von... Ich nehme mein eigenes Auto. Auch wenn ich von dir, aber scheiß drauf. Okay. Der sieht so ein bisschen aus wie der von... von... Ken Block. Muss ich sagen. Nee, der Wagen. Ich habe nichts genommen. Achso, der Wagen. Wer ich? Du siehst aus wie Ken Block. Ja, ja. Nee, so. Du ja, Paddy. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Oh, da nimmt jemand seinen Zeltag. Oh, geil. Alter, das Auto hätte ich gerne... Kann man die kaufen, die Dinger? Mein... Wie wäre es mit meinem... Boah, das ist ja... Ja, natürlich. Zieh doch einfach mal rüber, Jerome. Danke. Das war ich übrigens. Ich... Ich halte in der ersten Kurve jetzt voll rein. Ist mir Latte. So. So. Weg da aus dem Weg. Ich komme. Böp. Ja, bremsen, habe ich so das Gefühl, kennt manche gar nicht. Also irgendwie... Ja. Das ist irgendwie uninteressant. Hui. Rühre. Ja. Fahr doch rückwärts. Mach das doch einfach mal. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das in VR, Alter. Ich freue mich ja jetzt schon auf die... Auf... Auf das VR-Update von... Von... Äh... Na. Trackmania. Ich glaube, ich werde so abkotzen gehen. Oh, hallo Freunde. Ich drehe mich mal in der Röhre. Und ich explodiere einfach mal. Ich explodiere mal. Ich habe mal vor, das so zu tun. Das war schon immer mein Traum, in einer Röhre zu explodieren. Oh, ich bin letzter. Das ist super. Kann ich wenigstens... Arsch. Kann ich wenigstens... Kann ich wenigstens in Ruhe fahren. Aber ich bin kein Stress hier. Hä? Was ist denn jetzt? Warum wurde ich denn jetzt ausgebremst? Achso. Oh. Mach's gut. Was fährst du denn? Na, mein... Mein Kuruma. Mein eigenes... Achso. Stimmt, den hätte ich eigentlich auch nehmen können. Ich habe Trackmania selber. Das ist geil. Ich muss unbedingt mal die Karriere weiterspielen. Aber ich komme in den einen Strecken nicht weiter. Weil ich will alles unbedingt auf Gold machen. Aber das sind VR. Boah, Trackmania. Alter. Das wird so böse. Das ist ja wie Achterbahnfahren dann. Na, und noch mehr. Ja. Der erinnert mich echt an Ken Blocks Auto hier. Der Wagen. Auto Body Shop. Hui. Also wie gesagt, wenn die Stream-Quali schlecht ist in den Röhren. Das liegt dann an diesen Röhren. An den Farben. Da kommt der Codex nicht hinterher vom Stream. Ja, das ist auch bei so Filmen, die... Ja. ...geht die aus Stream. Ja. Das war knapp. Was machst du denn? Oha, uhaha. Ich habe fast alle Level of Gold. Oha, geil. Glückwunsch. Wie kann man eigentlich hier Handbremse ziehen? Gibt es das überhaupt? Äh, ja. Mit, ähm... Ich glaube R1 war das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das hier im Multiplay funktioniert. Ich nutze die Handbremse. Ne. Ah, das Rennen ist gesponsert von Pisswasser. Das ist gut. Ich trinke ich sehr gerne. Ja, aber es stand an der Startlinie. Was ist das so? Was denn? Das ist... Da kann ich auch nichts für, wenn es da steht. Ne? Ich habe ja die... Wenn ich letzter bin, habe ich ja die Zeit, da so ein paar Schilder zu lesen. Weißt du? Da habe ich ja hier so... Ja. Tja. Kann man das ja mal machen. Ja. Ich war noch nie gut bei GTA Rennen. So nie... Na ja, kommt immer drauf an. Das ist eh eine reine Glückssache bei GTA. Ja. Yeeees. Stunt-Kamera umschalten. Ach geil, das geht sogar. Juuu. Weg ist er. Da ist er. Weg ist er. Da ist er. Nimm. Oh Gott, oh Gott. Das ist wieder die Röhre, wo ich explodiert bin. Konsum hat 6. Wie kann man den Scheich nicht zurücksetzen? Geht das überhaupt noch? Mit 3 gedrückt halten. Ja, ja. Ja, hat er nicht. Ging aber gar nicht richtig. Ja, manchmal braucht er erst ein bisschen. Ja. Bis er sich dann... Zurücksetzt. So. Oder ich muss echt von der Elgato streamen. Weil dann habe ich die Probleme nicht mit dem Dings. Mhm. Dass ich vielleicht gleich den Streamer eben umschalte. Dass ich nicht von live... Weil es bringt ja nicht. Live von der Playstation kannst du ja eh nicht gucken, ne? Ja. Im Prinzip. Weil dann schalte ich nämlich gleich um. Weil dann müsst ihr nämlich über die Twitch-App gucken. Für die Leute... Ja, guckt ja sowieso über die Twitch-App, denke ich mal, ne? Für die Leute... Ja, danke! Wer war das? Alter! Du Sau! Du Drecksau! Alter, du... Du dreck... Du dreckiger Drechselappen! Alter, ich futze ins Gesicht! Ist ja unfassbar. Aber wie? Alter! Gibt's gar nicht. Oh, warte ab. Doch, bei Roller. Ja. Alter, ich futze so ins Gesicht. Naja, dass hier die Ohren flattern. Ja, drehe dich doch weiter, Auto. Ich bin wieder Sechster von der Achten auf den Sechsten. Toll. Achso, du warst Letzter. Achso. Jetzt bin ich wieder Letzter. Okay, ich sollte vielleicht nächstes Mal nicht so ein Auto nehmen. Ja, für die Leute, die zusehen. Ich weiß ja nicht, worüber ihr gerade zuschaut hier im Stream. Ich werde dann gleich nach dem Rennen, werde ich mal kurz den Stream beenden und werde dann über meine Capture-Karte streamen. Dass die Stream-Quali ein bisschen besser ist. Und weil, wie gesagt, von Live von der Playstation geht's ja eh nicht mehr. Weil da hat ja momentan Sony irgendwie tierische Probleme momentan. Deswegen werde ich das gleich mal abändern. Irgendwie haben wir eine bessere Qualität. Okay, ich werde mein Gesicht dann nicht mehr sehen. Ist ja nicht so schlimm. Nein, nicht drehen, Auto. Mann. Hallo, Consumer. Du kannst hier hinten bleiben. Ja, dann kannst du ja weitergucken. Du, ja, Hadi. Du kannst hier hinten bleiben. Ich glaub's ja wohl. Du musst es töten. Auto, du musst das Grüne töten. Alles, was grün ist, musst du töten. Uha. Du hast einfach zu langsam Maske in Gas gegeben. Ja, ja. Dass wir jetzt nicht so ausscheiden. Ja, ja. Es gibt so gewisse Leute, die auch gleich ausscheiden. Wenn ich dann so ein Nagelband einfach mal auf die Strecke werfe. So. Sascha, wo bleibst du denn? Ja, aber Benzin ist alle. Mit vollem Tank hätte ich bis zum anderen Ufer geschafft. Bis zum anderen Ufer. Weeeeee. Yeah. Oh, nein. Oh nein. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Ja, mitten in diesem komischen Rohr da. Da wären wir wieder beim Thema. Hängen geblieben. Ja. Ich muss weg hier. Sascha ist in der Nähe. Wieso? Riechst du mich schon? Ich hab mich heute extra nicht geduscht für dich. So. Die Karre ist aber auch irgendwie langsam zwischendurch. Das ist ja der Wahnsinn. Ich sag ja, meine auch. Aber meine ist immer noch schneller wie deine, du. Ja. Und das ist mein Privat, das Auto. Was? Ja, ja. Das ist meiner. Ja. Ich fahr nächstes Mal mit dem Roller. Wow. Da fährt es. Da fährt es. Da fährt es. Konsuma! Ich komme! Ja! So. Ne, das schau ich nicht mehr. Ziel ist ja gleich schon da unten. Ja. Außer Konsuma macht noch irgendeinen Unfall. Aber ich glaube ich nicht dran. Ja, ja. Das ist was ich mir noch zutragen. Den. Ich glaube die Blöße gibt er sich nicht. Außer ich mach noch Kacke hier in der Röhre. In der Hamsterröhre. Ja. Das war ein bisschen sehr weit außen gefahren. Aber das geht noch. Und? Ne, das geht noch. Das geht doch gerade so wie ich. Ja, das geht doch gerade eben. Aber fährst du anständig, Sascha. Ja. Naja, die Karre ist... Sieht zwar gut aus, aber die kommt nicht auf Tempo. Das war so. Das ist echt so. Sieht echt geil aus, aber... Naja. Eigentlich hätte ich ja gewummelt, wenn ich nicht aus dem Leben geredet hätte. Ja. Ja. So. Also wie gesagt, ihr könnt die Tale auch gambeln. Ne, also Ausrufezeichen Gamble. Äh... Leerzeichen den Wert. Ne, also mindestens 50, maximum 1000. Dann könnt ihr die Tale auch setzen. So, wie gesagt, ich werde mal eben den Stream beenden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.